Du Mist-Game ey! Das ist ne Scheiße! Komm schon! Das ist echt scheiße. Also das ist echt scheiße. Ganz ehrlich. Ey, das ist echt scheiße einfach. Und zieht da eine Icon über 6 Millionen, sprich Jahr 9 oder Hullet Prime oder sonstiges, dann kriegt er von mir eine 50er PSM-Karte. Oder er kann von mir aus auch Paypal, wenn er will. Und kann sich dann damit zum Beispiel seiner Freundin Blumen kaufen zu Valentinstag. Ist doch bald, oder nicht? Oh nein. Oh mein Gott. Ey, habt ihr das gesehen? ManCity braucht Mbappé. Digga, wenn ManCity zu Mbappé geht... Jaaa! Das ist ne Torti-Karte, ne? Digga. Der ist mega. Finnland vergessen, glaube ich. Nein. Ja, sagt doch mal, dass hier Scheiß-Icons gezogen werden, Alter. Läuert sich aber erneut mit. Perfekt. Rote Karte plus, bitte. Bitte Rot, bitte. Macht keine Faxen. EA Sports. Ich hab... Guck mal, das ist so Betrug. Das meine ich. Das meine ich, Clip. Guck dir das an. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich nehme den Ball an, kontrolliere ihn und der Ball geht am Tor vorbei. Komm, Roberto Carlos, mach mich stolz, Puga. Mach mich stolz! Mach mich stolz! Ihr Silas, Waman, Gituka ... Weshalb habe ich heute eigentlich so viel Spaß beim Weekending spielen? Aber es ist eigentlich falsch mit mir? Bin ich heute auf Medikamente oder so? Was ist denn das jetzt? Warum Elfmeter? Der flankt und ich köpfe den Ball weg. Ich drücke gar nichts. Hä? Was passiert hier? Guckt euch diesen Draft an. Guckt euch diese Mannschaft an, Jemeniak. Die Leute können das doch nicht. Oh mein Gott. Junge, ich habe noch nie in FIFA 21 gesehen, dass es drei Minuten Nachspielzeit gibt, Digga. Oh, Junge, ich liebe ihn. Ich liebe ihn, Digga. Mäuse melken. Keine Ahnung, Jürgen. Bro, Jungs, Dickes. Ich bin hier gerade zufrieden am Zocken. Der Mann kriegt direkt einer auf der Fresse, Jungen. Raus aus dem Spiel. Ich will raus! Mann! Der ist ja so am Fettfingern die ganze Zeit. Ich will schneller raus, so wie ich gucken kann und dann zehnmal gefettfingert. Traum? Direkt. Der jetzt nicht reingeht wird er sauer. Der wird, glaube ich, nicht sauer. Oh mein Gott. Digga. Das toscht. Das war's wirklich komplett. Komm. Oh mein Gott, mit dem Torwart, Digga. Bester Mann. Oh no, 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 no. Nein. Ich hab's gefühlt. Ich hab's gefühlt. Ich hab's gefühlt im Herzen. Ich hab's gefühlt. Ich hab diese Flagge gesehen und es hat so... Es hat so ein Stechen. Es war so ein Stechen. Nein. Pfeift ab. Geil, pfeift ab im Torschuss. Und diese Szene bitte klippen. Er schießt durch, nicht durch. Ich steh vor. Alter, Mo. Bei Mo geht's richtig ab. Klopfen die sich da gerade im Hintergrund? Ich mach's durch Ansage. Einmal Ruhe. Alle und mein Beruhig, den Mann! Oh Gott, der Dekker! Sag's nicht heiß. Er spielt den Steilpatz. Ist ja nur ein Arztplatz. Oh Gott. Ah, dafür wie der Mann. Gebrochen. 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 Ich gerade nie wieder ohne... ...gebrochen. Gebrochen. Ich gerade nie wieder ohne... ...gebrochen. Gebrochen. Ok Sportlich hier, außerdem kannst du da kennenlernen Junge, Divo hat Werbung gestaltet Eigentlich Schicksal rausgefordert Hat halt Platten so im Finale Ist gar keine Werbung, ist eine Szene, WCF Aber ist denn da voll sieben Mal Ich will, aber ich muss noch mal schießen Was ist da? Wo ist Wien? Ich dachte Werbung So 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 So